plan für auto das wird ja zumal sein diesen tempel auge des sturms mindestens 15 vielleicht werde ich doch nicht auch hin kommen wissen noch entkommen zocken und dann mal die kampagne durchspielen und wir fangen mit boom und das bis das auf ja okay probieren was probieren was kann nur in die hose gehen story time doch nicht machen man da der bildschirm sogar clown warfe gespielt und die ladebildschirme die können dort schon was inbred bandits muss so was für deutsch ins deutsche übersetzt werden zwischen bröten banditen wahrscheinlich oder sandwich banditen irgendwas in die richtung wahrscheinlich so weiß ich noch wie man das spiel spielt rollen rollen und scharzen wir gut aus das war schlecht weil sterben was zum töffel ja schwierige schwierigste schwierigkeit schwierige schwierigkeit ist nicht so ne nein nein ist sie dicht auch sorry bro ok dass die staats nicht wollen die brücke ist wieder geflogen ja ja sorry aber ich schon dran nehmt macht die macht kugeln heißt entgeben für den grund dass er einfach ist das ist der schlammwerfer man schon können wir mal gleich reinhauen vielleicht ein besserer start vielleicht hätte ich auch ein bisschen upgraden sollen vorher wo ob da geht es schon weiter gehen wir mal darüber nicht weg laufen ja ich fand schon wieder an leise zu werden in der situation wo die pushen wo wo ok dann können wir es mal verlangsamen irgendwo ist ein sniper auch der mich will weil sie werden mich nicht kriegen wo ich bin jetzt schon leicht überfordert mit leicht man nicht mehr ist leicht ja hab ich getroffen ok wollen wir ein bisschen weiter drücken oder ist das ein fehler hallo kommt wieder zurück achso dann haben wir da da hat ein schneesturm voll machen wir am besten gleich weg oder ja mich oh wow hier nur wohl jemand wo ich zu beupfen kann oh ok das pure chaos schon oh je 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 Ah, da ist der Sniper Sehr schön Ich bin leicht überfordert Nicht die größte Hoffnung, dass wir es da ohne zu sterben draus schaffen Boah Ich pushe auch immer weiter rein Hallo Jungs Oh ja, wieder Eis Können wir die Elfer dabei wegschicken Können wir es mir rein Lass es mir rein Können wir mal Fähigkeiten aufladen lassen Komm vorbei mit Zeit No, aussieht aus dem Gras Aussieht aus dem Gras Oh je, oh je Oh je Oh, das ist dann gerade ein kleiner Okay, ein Boss weniger Der muss auch weg Oh Geht doch einfach Huff Huff Oh Oh Ich will doch eine Schwierigkeit leichter Oh Das letzte Mal, dass ich auf dieser Schwierigkeit gespielt habe Ist das Spiel abgebrochen Naja, nicht wirklich abgebrochen Mich hat es rausgeschmissen Mal schauen, ob ich hier überhaupt aufnehme Passt Okay Puschen die Gegner Nicht wirklich, oder? Das wird gepusht Vielleicht kann ich den mal wegmachen Vielleicht mit einer Kugel Ob nicht so schlecht ist, dass der Schlecht weg ist Ja Aha Doch kein schlechter Anfang Ja, Snapper Ich werde sie einfach rauslocken Was mich denkt, du Muni Sind die schon da Sind die schon da Das wird halt Stellung halten Oh Puh Komm Das ist ein ganzer Cougar das ist die maske den moni haben wir auch nicht wie schaut es da aus besser wir wollen mal rein pushen probieren da kann ich den sniper wischen oh ich glaube ich erinnere mich an diese stelle ich glaube da kommt mich nicht raus vom dumpen welcher ja schauen wir ob das hier auf dem guter platz ist die sniper kommen auf jeden fall nicht so schnell ja aber so dass ein großer großen aus sogar eine schelle das ist ein großer macht man gleich weg und wieder zurück in die hülle was für eine camp hülle ist das ist ein feier das ist ein feier mehr Bosse schauen wir mal was sie machen Feuer Feuer machen sie wird nicht lange überleben hab ich ein Gefühl da ist jetzt schon die Party drin roll dich raus Junge also das ist die nächste sehr schön einen Schuss noch den machen wir so was wird das ah guter Wechsel und das ist super Fähigkeit wieder die nächsten Bosse sind auch schon da können wir gleich mal rüberjumpen und ein bisschen anhitten oder überhaupt nichts treffen wow das war nicht gut das war nicht gut das war überhaupt nicht gut oh 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 money vielleicht lassen wir doch alle in die Hülle kommen was zum Teufel Jungs Google ja big damage und gleich weiter mit großem Schaden mit viel Action naja vielleicht schaffen wir es doch bis zum Ende hat kurz ganz schlecht ausgeschaut und zuerst wir zwei boah lehnt mich so in den Bildschirm rein hast dich doch versteckt oh 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 i'll try to detect it i'll try to detect i'll try to detect i'll try to detect we have wandered into some maniacs idea of a party would you look at that there's a pod here the auto had a detected party ich glaub das war gar nicht so leicht da drin vielleicht gehen wir doch wieder raus oh wow ja oh wow ja ich glaub das hab ich richtig erinnert was ich da letztens mal zu sehr rein gerusht bin und auf die Fresse bekommen habe pusht sie gar nicht keine Pusher dabei chillen na jetzt da ich bin frozen das ist auf jeden Fall ein Boss der wird aber gleich mal weg sein oder nicht aufm wechsel zuerst ich bin direkt neben der Muni also kann ich eigentlich spammen Outrider Detected Outrider Detected Outrider Detected hab ich schon meinen Video Titel ha der ist auch mal ganz schnell weg der ist auch mal ganz schnell weg ich rein stimme mal ein bisschen da könnte ich mich fast mal um die Sniper da kümmern die machen schon schaden was der Russian Frau der Oscar nicht dabei ist ich glaub die Sniper da hinten können wir mal ausräuchern ich hoffe sie machen die türe hinter mir dazu ich muss mir die muni holen bevor man die tür zu machen ohje, ohje die Tür ist offen die Tür ist offen ja, 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 das bin ich ah das ist der Boss wow oh, das war's das ist der nächste Boss das war's das war's aaaaaaah aaaaaaah nee, nee fertig hier eine andere Bepp tschüss